Hey hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ranger! Das letzte Mal haben wir die Mission erfolgreich abgeschlossen, wir haben das Endtable besiegt und so weiter und so fort. Und wir sind jetzt in der Fabrik, wo die Powerrock-Bande versucht, ihre Funcoms herzustellen, beziehungsweise versucht, sie tun es. Und wow, das war nicht meine Absicht. Wir versuchen jetzt, das Ganze zu stoppen. Wir lieben es, die Ranger zu ärgern. Wir mögen es wiederum gar nicht, wenn die Ranger uns ärgern. Hä? Ach so, uns ärgern. Ach so. So, tschüss Pantimos, ihr seid keine wirkliche Herausforderung. Es tut mir sehr leid, euch sagen zu müssen. Tja, hab ich dich wieder mal besiegt. Du bist bestimmt einer, den ich immer besiege. Ich mag den Ausgang dieser Sache überhaupt nicht. Ich sollte mich wohl besser aufs Land zurückziehen und einen Neuanfang wagen, bevor der Boss das hier herausfindet. Ja, mach mal. Einen weniger, den ich dann zur Strecke bringen muss. Oh Gott, was ist hier? Hm, okay, viel, viel Zeug und Kram. Ein Hypno, noch ein Hypno. Und eine Treppe hoch und Feuer und ein Speichergerät. Das benutze ich jetzt erstmal. Bevor ich irgendwas mache. Und dann werde ich wahrscheinlich erstmal nach unten gehen. Aber zuvor einen Hypno fangen. Weil das haben wir noch nicht gehabt. Und dich brauchen wir wahrscheinlich sowieso nicht, aber ist auch egal. Okay, ich dachte, du machst irgendwas. Aber dann lassen wir das. Ich dachte, du wolltest auch eine eigene Show haben, aber dann nicht. Und es sind nur noch 97 Tage bis zu X und Y, Leute. Wisst ihr, wie ich mich schon freue? 97 Tage nur noch? Und dann werde ich erstmal das hier jetzt vorlesen. Bald steht er bereit. Ein brandneuer Fangkommen, der ohne diese ganzen Gefühlsdoselei auskommt. Mit unserem Powerfangkommen kann jeder fangen, was auch immer er will. Was interessiert es uns, ob sich dabei Pokémon verletzen? Sie sind nur Werkzeuge in den Händen der Powerrock-Bande. Ihr Arschlöcher. Und, ähm... Es gibt jetzt neuerdings dieses Schwert-Pokémon, ne? Und dieses Schwert-Pokémon ist eigentlich, ja... Ganz okay, würde ich sagen. Aber, ich weiß nicht, ich hab Angst, dass es zu overpowered wird. Dass es wirklich fliegen kann. Also, dass es Levitate hat. Und wenn es Stahlgeist ist, ich mein, dann ist ne Feuer sehr effektiv drauf, glaube ich. Ich hab einfach Angst, dass es zu krass Sachen kann. Und wenn es Schwerthans und so... Ich hab... Ich möchte einfach, dass es ne lower death hat. Dass es wirklich direkt tot ist, wenn man es angreift. Weil sonst ist es ziemlich scheiße. Aber egal. Mal gucken, wie das wird. Es ist nicht wichtig, ob ich hier gewinne oder verliere. Euresgleichen ist viel zu kümmerlich, um die Ambitionen unseres Bosses zu verhindern. Ah, okay. Also muss ich doch erst die Treppe hoch. Wartet, was wollte ich gerade sagen? Ich wollte noch was sagen. Und ich bin echt schon gespannt, was noch so revealed wird. Weil... Ich möchte gerne... Es gibt ja diesen Löwen. Und ich möchte diese Entwicklung unbedingt sehen. Moment, ich bin hier falsch. Unbedingt sehen. Nein, fuck. Ach. Weil ich hab wirklich das Gefühl, dass es diesmal... Mein Gott, verpisst euch doch. Die Drix-Pantimusse. So. Ich glaub, ich benutze mal die Voltobalds. Weil ich wirklich hoffe, dass es voll episch später aussieht. Also es gibt ja viele süße Pokémon. Und ganz, ganz wenig Pokémon, die mega episch aussehen. Und ich will einfach mal so einen richtig geilen Löwen haben. So einen richtig... Wo man denkt, boah, ist der majestätisch. Und dass man einfach so... Boah, das ist aber voll das coole Pokémon. So nach der... So auf die Art. Aber ja. Mal gucken, ob ich das... Ob man das wirklich kriegt. Weil ich mein Typ Fee... Und... Aber ich bin sogar vielleicht versucht... Wenn ich das Pflanzenstarter-Pokémon nicht nehme... Dass ich dieses Blümchen nehme. Das entwickelt sich bestimmt noch. Aber... Ja, ich bin noch am überlegen. Weil irgendeinen Feentypen möchte ich dann schon dabei haben. Mal was anderes. Oh, Pinsil. Nehme ich dich mal gleich mit, wa? Okay. Tschüss. Ich mag zwar keinen Pinsil, aber muss... Muss ja dabei sein, ne? Ist ja nicht umsonst da. Zweimal zerschneidert. Das brauchte ich doch irgendwo für. Ich weiß aber nicht mehr wofür. Ah, ja, genau. Okay, einmal gegenstoßen. Äh... Hm. Scheiße, wo kriegen das jetzt her? Muss ich Makonita holen? Hm. Boah, nee. Glaub nicht, oder? Oh, nee. Holla, was machst du hier? Ich habe hier die ganze Zeit gefaulenzt. Warte, nein, nein, nein. Ich war... Ich war die ganze Zeit hier und habe nur gehofft, ich könnte faulenzen. Oh, Bummelz kommt angeschlichen. Es will mich besiegen. Seht ihr diesen entschlossenen Blick? Oh, wie süß. Ich so... Macht das irgendwas? Oh. Oh, Bummelz. Das ist ja ein richtiger Chiller. Wegen der Geschichte mit der Vorlenzerei. Kein Wort zu niemandem, okay? Okay. Besser vorlenzen, anstatt irgendwas Böses zu machen. Mann, ich möchte jetzt aber gerne... Egal. Habe ich halt keinen, der rammen kann. Und dann muss ich jetzt wo lang nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ach, ich muss zu Pikachu, genau. Ich muss zu Pikachu. Ich muss zu Pikachu. Lasst mich durch. Ich bin Arzt. Da lang. Mein Pikachu retten. Oh, Pikachu ist so süß. Ich kann nicht mehr. Wie kann man so ein süßes Pikachu einsperren? Ihr seid doch behindert. Ich hasse euch, ihr Power-off-Banden-Mitglieder-Rüpel-Dingen-Zies. Ich weiß nicht. Wie kann man so grausam sein, ey? Wie der alte Sack schon gesagt hat. Ich bin da, Pikachu. Ich rette dich. Los, Pinsel. Mach kaputt. Wenigsten bist du für ein bisschen was nützlich. Tschüss, verpiss dich. Oh, du armes, armes Pikachu. Ja. Ich verstehe. Wird ein Generator ausgeschaltet, taucht die Beleuchtung der Flure in ein dämmeriges Licht. Anhand der Größe der Fabrik kann man erahnen, dass hier nicht... What? Machen wir uns auf die Suche. Mann, das reagiert immer kurz bevor... Mich fröstelt, als ob plötzlich eine Kühle den Raum erfasst hätte. Okay. Oh, Nebulak. Hier gibt es Geist-Pokémon. Nein! Sei vorsichtig, dass sie keinen deiner Pokémon-Freunde entführen. Was? Dann mal angreifen, wa? Ich möchte meine Pokémon behalten. Oh, Spukball. Sieht aber cool aus. Wenn der nicht so lahmarschig fliegen würde. Hm, können die irgendwas? Nö. Ihr seid nutzlos! Aber kein Ding, ich hab eh keinen dabei, der irgendwas kann. Von daher ist das auch egal. Und der fliegt natürlich genau zum Spukball. Ich muss mich immer wieder anders hinsetzen, weil das Ding ist... Oh, er wurde... Mein Hypno wurde gestohlen. Ne, doch noch nicht. Aber ich glaube, es war kurz davor. Aber hier ist das Licht noch an. Aber hier nicht. Ist hier vielleicht ein Apollo oder sowas? Weh, weh, weh! Solange keiner meinen Flussel klaut, ist alles okay. Den Rest kannst du ruhig klauen. Ist mir egal. So, dann kann ich hier einmal rein. Der steht da ganz chillig so. Oh, ein Pichu! Oh, Mann, hier ist das süße Pokémon drin. Süß! Das Pichu! Ich mach Schaden! So, Hundemann. Und du auch. Wo braucht dich nochmal zweimal Feuer? Ach ja, vor der Treppe. Oh, jetzt hab ich eins zu viel. Tschüss, Nebulak. Ah, wie das verschwindet. Oh. Okay. Gut. Dann hab ich hier das Ding jetzt auch. Dann benutze ich Hundemann einmal... ...an der Treppe. Da oben rechts, mein ich, war, ne? Ja. Manchmal ist das ein bisschen verwirrend alles. Stopp! Ich brauch das Hundemann. Nein! Pfoten weg von meinem Hundemann, ey! Nein! Wagt es euch einmal Spukball zu machen, ey? Dann komm ich hier nie mehr weg. Ahem! So. Tschüss. Die Nebulak war nie, meine Freunde, Leute. Nie. Zack! Danke, Hundemann, dass du da bist. Mir hilf. Ach, wenn das ein bisschen komisch aussah. So. Dann einmal nochmal speichern, bevor wir da reingehen. Wer weiß, was da wieder auf uns wartet. Und wenn wir besiegt werden, stellt euch mal vor, ich muss alles nochmal machen. Nein! Ich bin ja dann schon mal gespannt, wie mein Let's Play dann auch von X und Y ankommt. Das will ich auf jeden Fall auch Let's Playen dann später. Was macht ihr denn hier? Ihr seid doch die beiden, die den Strom ausschalten wollen, oder? Ich hab den Strom ja noch nicht ausgeschaltet. Wie sollte man so etwas nur tun wollen? Dann würden ja all die gefangenen Pokémon entkommen. Danke für den Hinweis. Auf jeden Fall werde ich X und Y erstmal so spielen. Mit meinem Aschkimm-Aschkimm. Das heißt, es wird kein Blind-Let's Play. Aber ich werde es let's playen. Also irgendwann dann. Auch wenn so eine Capture-Kappenina von Eis. Die sind immer... Ich mag es nicht, wenn die Pokémon so nah aneinander sind. Ich krieg's nicht gewacken. Ich bin ja tot. Wisst ihr aber... Nein, ich will aber nicht. Ihr nervt. Ihr nervt! Oh, ich hatte es doch! Das gibt es doch gar nicht. Fuck you! Das gibt es doch gar nicht. Nein, Mann! Hör auf! Okay, ich benutze es nicht mal. Nööööö. Irgendwie macht ihr das nur aggressiv, ne? Achso. Achso. Okay, Moment. Dann nehme ich mal Nebulak. Mal gucken, was das macht. Nein! Nein! Ich hab sie gefangen! Ja! Ich bin fast tot, aber egal. Danke, Nebulak. Oh, Level Up. Das kommt genau richtig. Puh. Da brauchen wir ja keine Sorgen haben. Okay. Boah, war das jetzt ein Akt, ey. Was soll das denn? Ich bekomme mal einen riesen Ärger vom Boss, wenn ihr die Pokémon freilasst. Ist mir doch egal. Also dafür war Nebulak jetzt echt nützlich. Bin gerade überlegen, ob ich mir noch eins holen soll. Oh Gott. Oh Gott. Gideon hat uns alarmiert, dass ein Ranger-Rekrut und ein alter Mann in der Fabrik unterwegs sind. Mich interessiert nicht, ob ihr jung oder alt seid. Ich kriege euch ohne Schläge. Schläge? Schläge? So viele Radfratz. Ja, klar. Oh, seht ihr die süß? Oh, seht ihr die süß? Oh, seht ihr die süß? Ähm. Also, ich kriege dann irgendwann mal eins. Au. Die machen ja schon ein bisschen Schaden. Aua, ich kriege eins. Ich muss die nur einmal umrunden. Komm, die Chance ist groß. Okay, eins habe ich. Äh. Äh. Hm. Was machst du denn so? Äh. Süß. Aber das hat mir jetzt auch nicht so viel gebracht. Okay. Doch, doch. Eigentlich schon. Okay. Puh. Gut, dass sie so einfach zu fangen waren. Stellt euch mal vor, ey. Fünf um den Kreis. Guck. Ciao, Radfratz. Boah. Man muss doch nicht gleich alles so ernst nehmen. Nö. Attackierst du nicht nur mit 100 Millionen Pokémon. Nice. Nice. Was zum Speichern. Lü. Man sieht ja schon, links wartet jemand wieder auf uns. Aber ich würde sagen, das machen wir das nächste Mal. Also bis dahin.